Mh, ist ja cremig. Nee, fruchtig. Cremig. Fruchtig. Nee, ist cremig. Aber Kinder, er ist fruchtig, weil er Fruchtstückchen hat und cremig, weil er so fein gerührt ist. Siehst du doch, fruchtig. Und cremig. Der Milram Fruchtquark. Einfach doppelt lecker. Wirklich schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Ich freu mich auch. Besonders, dass es dir so gut ergangen ist. Und dir ist unglaublich, was du inzwischen aufgebaut hast. Ja, wir waren beide nicht faul. Darauf einen Bücher da. Also, Gentlemen, für den Coup brauchen wir ganz spezielle Autos. Zunächst was Flinkes, Kompaktes. Dein Job, Albert. Kali, organisiert ein Allround-Auto. Du, Luigi, sorgst für einen Wagen mit großem Kofferraum. Sie, Professor. Maitai, du kümmerst dich um was Rasantes. Hi. Und du, Bruno, darfst das Fluchtauto besorgen. Ja, fein, Boss. Mit Platz für uns alle. Bruno, ein flotter Pfitzer. Den kenne ich. Das ist der Wolf. Eine Jetta. Kofferraum riesig. Welchi Loco, flotter Spoltwagen. Wo bleibt Bruno bloß? Er kommt schon noch. Ich glaube, ich höre was. Habe die Heere, Herr Professor. Platz ist genug, Boss. Ist der Passat von... Ich weiß. Von Volkswagen. Volkswagen. Da weiß man, was man hat. Dallmayr. Das Haus, das seit 300 Jahren ein Begriff in der Welt des Genießens ist, birgt auch für besonderen Kaffeegenuss. Mit Dallmayr Prodomo. Feinste Hochlandgewächse, schonend veredelt, von Reizstoffen weitgehend befreit und bei vollem Koffein zu einem Spitzenkaffee vollendet. Dallmayr Prodomo. Für mich im Geschmack unvergleichlich gut. Dallmayr Prodomo. Vollendet veredelter Spitzenkaffee. Gartschampoos sind so mild und sanft durch den haarneutralen pH-Wert, dass sie jeden Tag ihre Haare pflegen können, vom Ansatz bis zur Spitze. Gart, das Erlebnis schöner Haare. Im Restaurant Tantris schwört man auf Uncle Ben's Reis. Man muss ständig neue Ideen haben, um seine Gäste zu verwöhnen. Reis ist eine absolut tolle Beilage und harmoniert zu vielen Gerichten, beispielsweise als Gemüsereis. Wichtig dabei ist, dass der Reis locker ist und einen Wohlgeschmack hat. Und dafür gibt es für mich nur Uncle Ben's. Super. Schaut gut aus. Finden Sie nicht auch? Spitzenköche schwören auf Uncle Ben's Reis. Wussten Sie eigentlich, dass die Schilddrüsenkrankheit für unsere Sittiche lebensbedrohend ist? Dieser kleine Freund ist kerngesund, denn sein Futter enthält das lebenswichtige Jod, das ihn schützt. Sie bekommen Trill und zur Abwechslung die knusprigen Trill-Honig-Leckerbissen. Trill schützt vor der Schilddrüsenkrankheit. Weil die goldene Kraft der Sonne bestes Korn zum Reifen bringt, wird der Toast zur reinsten Honne, weil er knusperfrisch gelingt. Mit goldenen Toast, goldenen Toast, goldenen Toast. Goldener Morgen, goldener Tag mit goldenen Toast. Bildwoche, was braucht man mehr? Jetzt bringt Bildwoche die Glückswochen 87. Gewinne für insgesamt über 400.000 Mark. Neun Mitsubishi Colt. Gleich Spielschein holen und viel Glück. Jede Woche Stars, Prominente, Schönheit, Gesundheit, Selber machen, Sparen, Radio- und Fernsehprogramm. Die Programmillustrierte. Chips Letten. Die oder keine. Na bravo, schmutzig und bunt. Wie wird das wieder sauber, ohne dass die Farben verblassen? Nicht mit jedem normalen Vollwaschmittel. Dafür gibt es jetzt das neue Liss. Das neue Liss hat Vollwaschkraft mit einer speziellen Formel für Farbschonung, damit nicht, wie oft bei normalen Waschmitteln, die Farben verblassen. Sauber waschen beide, aber die Farben machen den Unterschied. Oh. Das neue Liss packt den Schmutz und schont die Farben. Guten Morgen. Ist Peter fertig? Klar. Äh, Moment. Ich hol nur noch mein Pausenbrot. Lass doch, ich hab auch keins mit. Da hören Sie, Spano will einfach nie sein Pausenbrot. Wo Pausenbrote doch so wichtig sind. Für Peter hab ich eins gefunden, das ihm schmeckt und vernünftig ist. Gibt's das? Ja, Milchschnitte mit guten Zutaten. Wie Weizenmehl, Eier, Butter, Zucker, Honig und vor allem Milch. Hey, du nimmst ja Milchschnitte mit. Klar, du auch. Wow, Milchschnitte. Wow. Milchschnitte. Das Pausenbrot, das Kinder gerne essen. Das neue Nivea von Man After Shave. Das neue Nivea von Man After Shave. Ja, ja. Das neue Nivea von Man After Shave. Das neue Nivea von Man After Shave. Balsam. Neu. Nivea von Man After Shave Balsam. Neu für die Frisuren von heute. Freestyle Haarspray von L'Oreal. Langer Halt. Ohne zu verkleben. Perfektes Styling. Ohne zu verkleben. Freestyle Haarspray von L'Oreal. Styling und Halt. Ohne zu verkleben. Die lästige Backofenreinigung ist jetzt endlich problemlos. K2R Backofenreiniger löst selbsttätig auch hartnäckig eingebrannten Schmutz ohne Aufheizen und ohne Geruch. Nur aufsprühen, einwirken lassen und auswischen. K2R Backofenreiniger. Reinigt und pflegt ohne Geruch. Mein Joghurt hat ne Ecke, ne Ecke mit was drin. Ne Knusper-Müsli-Mischung, denn knusprig frisch ist in. Und diese Müsli-Ecke knick ich nach oben rum und rühre dann mein Joghurt. Immer knackig, immer knusprig, immer frisch. Die kleine Mahlzeit. Neu. Von Müller. Die Welt ist schön für gesunde und aktive Kinder. Und eine große Masse Gesundheit und Widerstandskraft ist in. Nimm zwei. Viele Vitamine und Traubenzucker. So naschen unsere Kinder Bonbons, die sie mögen und Vitamine, die sie brauchen. Nimm zwei. Unser süßes Stückchen Kindheit. Mode, Mode, Mode der Welt. So einfach und schnell selbst gemacht. Kein Wunder, dass Burda-Moden die größte Modezeitschrift der Welt ist. Das Erfolgsgeheimnis, der berühmte Burda-Stil, das Gespür für Mode und die fantastische Passform der Schnitte. Burda-Moden, zeigt was Mode ist. Kommes bitte. Ne, nicht mit dem Ketchup. Oh, Tomatentyp, hm? Ja, stark was? Tomatenstark. Es sind ja auch zwölf Sonnentomaten drin und tolle Gewürze. Woher weißt du das? Weil ich der geborene Ketchup-Experte bin. Kraft Tomatenketchup. Das Ketchup mit den zwölf Sonnentomaten. Es gibt immer noch Leute, die glauben, alle Frauen wären mit dem Gleichen zufrieden. Kamelea weiß, dass jede Frau anders ist und ganz individuelle Bedürfnisse hat. Darum gibt es für jede Frau nichts Besseres als Kamelea. Damit sie sich immer ganz frei und sicher fühlen können. Kamelea! Knack, knack, knack und back, back dir was. Knack, knack, knack und back, frisch ist das. Knack, knack, knack und back, selbstgemacht, ofenfisch. Sonntagsbrötchen und Croissants, knusprig fein, so muss es sein. Knack, knack, knack und back, selbstgemacht und ofenfisch. Der neue Prittstift von Henkel klebt noch einfacher. Klebt noch sauberer. Klebt noch stärker. Der Prittstift. Im Kleben kaum zu schlagen. Pritt von Henkel. Kein Weg ist dem Langnese-Honig-Experten zu weit, um für Langnese die besten Honige auszuwählen. Goldklar müssen sie sein. Hocharomatisch und reich im Geschmack. Gut, aber stimmen auch die inneren Honigwerte. Das kann er nur wissenschaftlich prüfen. Dafür ist er Experte. Tja, oft ist nur einer von zehn Honigen gut genug für Langnese. Denn nur Auslese-Honige tragen dies Markenzeichen der Natur. Langnese. Kann der Peter morgen überhaupt seinen Geburtstag feiern? Ich glaube schon. Denn er kriegt jetzt eine wirksame Medizin gegen seine Erkältung. Unser gutes Vigvaporub. Vigvaporub tut gut wie ein wärmender Umschlag. Die heilsamen Dämpfe befreien die verstopfte Nase und lösen den Husten. So, ich glaube, wir können morgen Geburtstag feiern. Oh ja, Mami. Vigvaporub. Gute, wirksame Medizin. Dr. Kochs plus E ist kein normaler Saft, sondern der erste spezielle Vitamin-E-Saft. Mit so viel Vitamin-E kann ich so richtig was für mein Wohlbefinden tun. Und das sieht man mir einfach an. Die schöne Art, mehr für sich zu tun. Dr. Kochs plus E 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.